Es soll hier gleich sein irgendwo oder laufe ich jetzt schon wieder falsch Warte jetzt meine ich 4760 Brauchst du Lagerfeuer Asche? 4770 Kannst du mit dir mal ein Dings von machen, äh, Verband? Ach, da seid ihr ja! Wo sind wir denn überhaupt auf der Karte, Mensch? Da! Okay Kann man hier dann mehr Blätter reisen oder... Hallo! Guten Tag! Guten Abend! Kann man den Papagei auch grillen? Ja, ja, muss nur sammeln Ja, hab ich Dann kriegst du noch Federn raus Aha! Wenn ich ne Grille oder vorher schon? Wenn du ihn sammelst, kriegst du Federn raus Und dann hast du das Fleisch im Moment Kannst du ihn greifen Ahhhh Ahhhh Ohhhh Ich spart ihn verrückt Sooo, dann kann gleich wieder einmal kurz spawnen setzen Kann man was essen? Willst du nicht oder? Hast du schon? Ja, ich esse schnell, weil dann würde ich nämlich was Neues draufpacken So Das gute Großkatzenfleisch Unbekannt Ach, äh, übrigens, ähm, du hast dich doch immer so aufgeregt, dass meine Maustaste nicht mit dem Zurück-Button belegt ist, ne? Hast du jetzt wieder richtig gemacht? Ne, aber ich habe gefunden, wo der Button dafür ist, um zurückzukommen auf dem Maus Wie? N Das Mausrad nach links drücken Ach So Das ist ziemlich geil, muss ich sagen Ja, ich finde so eine Seitentaste besser Ja Ja Die hat er auch, aber die ist bei ihm mit E und was? Ja, einfach nur mit E und die andere mit gar nichts Warum macht man dann bitte E auf die Seitentaste? Wenn ich drauf drücke, macht dann E in Word Aber warum? Ja, keine Ahnung Das hat bestimmt nicht absichtlich gemacht Ne, das war es voll, also ich habe da gar nichts eingestellt Tatsächlich So Hä, die Banane zerstöre ich mal hier So, habt ihr Fleisch noch was übrig, oder? Hm, ich habe das Stück draufgepackt Also hier ist noch ein Schildkröte und ich habe noch ein bisschen Menschenfleisch Ja, da hinten Ach, willst du gönnen? Ich wundere mich, dass ich die noch gar nicht alle gesammelt hast Willst du gönnen? Ne, so viel wollte ich nicht Weißt du, auch Füllerei ist eine Sünde, ich bin ja kein Sünder Wo ist denn das Bett? Das hier, rechts Da Ich brauche noch ein Bogen Eine Stockklinge, eine Steinklinge Eine Steinklinge würde ich nehmen Ja, liegt hier auf dem Ständer Ja Noch Knochen Und eigentlich könnte ich mir auch noch Oh, was hat den denn er schon wieder für ein Problem? Ich habe hier eine riesen klaffende Wunde Hä? Dann solltest du die mal verbinden Ich habe ein Blattverband, was muss da drauf? Keine Ahnung, was ist das für eine riesen klaffende Wunde? Hier machen wir mit Asche Mhm Mhm Danke Ich weiß gar nicht, der muss sich doch wieder runtergefallen sein Ja, das geht schnell Man weiß, was du schon wieder gemacht hast Ah, bestimmt beim Herkommen, weil dann achte ich immer nicht auf irgendwas Den renne ich einfach Am meisten Verbändeverbrauch, Kopfhantum, 500 So wird es kommen Ja, weiß ich nicht Du kannst ja auch am meisten, also kannst du gar nicht so viele Verbände verbrauchen Lagerfeuer Asche, okay Ja, die kannst du ruhig mal mitnehmen Ja Zwei Federn und Stopp Stopp Leider Wo waren die jetzt das Bett? Rechts in der Hütte neben dem Feuer Ach da Ja Und der hat auch immer irgendwas, ne, dann ist die Lupe da, dann blinkt die Uhr Wenn du vorsorglich auf alles achten musst, dann hast du auch nix Ja Ja Ich sehe schon, wenn man mal auf dem Boden schläft Das ist Obdachloser Ja 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 Du brauchst immer was zu trinken, du Pisser Na, wir hatten hier unten schon gepennt? Ja 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 Egal ich traue mich immer gar nicht ins buch zu gucken dass ich gleich wieder angegriffen werde so wird man jetzt nicht angegriffen ich schon aber normalerweise nur wenn man sich bewegt oder ich habe von der skorpion hat mich ja ja gut der kam von der seite angekrabbelt ich jetzt unsere ganzen schalen anderen lager zurückgelassen da haben wir hier noch eine also mehr als eine ich habe keine ahnung sehr gut ich habe mir einfach ein flusswasser rein was los die lupe leuchtet schon wieder ich hatte es ja wirklich oder ist das noch weil alles gut was ist los sagte was ist los was kommt schon mehr gemacht kopfhantum wurde entfernt ja wenn ich mal ohne dich auf also du nimmst auch spielst aber nicht mit genau du spielst sind hier eine maus wo die zurücktaste auf auf das spiel nicht zu dem spiel ist aber trotzdem wenn ich mir immer pc was man was machen können es dann gibt man das schirm auf zack machst du dann wenn du zurück willst ohne zurückklasse auf den pfeil zurückgehen ich kotze gleich beim gedanken daran bananenblatt ok gut bananenblatt alles klar oh shit oh shit oh shit oh shit wo ist er ich hasse schlangen ich höre schon mehr schritte was ist denn das was mit der menschenflasche gegessen so niedrig ist meine geistige gesundheit ist auch nicht gerade was denn was ist das bitte ich bin da kein bock mehr oder bei mir steht ihr beide habt zeitüberschreitung ja das ist dann die zeit macht man auch nicht wenn du zu speichern dann kannst du nochmal neu schreien wieso klappt doch gerade alles ich kann spielen ja das wird aber gleich zurückgesetzt auf den punkt ausgeflogen ist diese jagdmusik ne könnt konzentrieren also soll ich also soll ich jetzt rausgehen eigentlich müsstest du gleich von alleine raus okay ich mache so lange weiter bis ich auslege das gleich mal gerade was schon sehen was der pc explodiert ja das ist halt nicht richtig gespeichert ist aber egal kann mir ist jetzt nicht soweit von dem lager weg sein jetzt will ich landet jetzt bin ich verwirrt mega am kreis gelaufen gerade ich stehe mir gerade eine rüstung her und der kackt hier also funken und tabak geht auf gift ich glaube funke das haben wir für ausschlag gedacht und tabak ist am besten für gift okay noch da jetzt bin ich raus dass das frei war damals euer feuer die feuer nö bin ich wieder da wie bin ich wieder raus im lager ist feuer an so wir am besten mal ganz raus und schauen das ist schon speichern und verlassen ich bin ich denn das ziel gelandet habe ich so falsch gelaufen ja das habe ich mir auch gerade gefragt menschen wurde einige ohne ziel gelaufen war so schlimm ist nicht über da bin ich nicht da wo ich ihn wollte wie komme ich jetzt bei euch wieder rein das ist leider nicht so wie bei den anderen spielen wo man so auf beitreten gehen kann soja weil ich eingestellt habe dass du nur ein paar einladungen rein kommst könnte ja noch sonst wer beitreten das wollen wir ja nicht schon wieder oder was über vier therapie ja das war mega war das ja und ich steht ja und wartet dass wir zur türe kommen ich habe doch letztes mal meine updates verschoben kann das sein dass er gerade updates macht und das hat mir auch noch so ein scheiß giftrochen angegriffen oh echt oh echt nice geilo dann gehen wir die tabak verbände hier aus hast du dich vorgesorgt doch ich habe irgendwie gerade in den letzten paar minuten drei verbraucht wo sie mir zehn gegeben ja wo bist du da komme ich mal in der richtung ich habe noch warte ich komme ich komme zu euch in der scheiß richtung gelaufen also ich finde das lager nicht mehr wo bist du ähm 49 16 ja da muss man ein bisschen nach äh äh ost äh nord-nord-nord-nord-ost der hat jetzt sein ding ist bestimmt nicht mehr so natürlich da hat er noch okay ach gut ach das war minimal weißt du noch so ein mini finsel dreckig ist so banane kriegt gleich parasit und dreck geändert so ich habe meine honigfarbe gekriegt mensch so gut ich habe sie gegessen wollte ich essen eigentlich ich habe mich nicht okay mh 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 geht das 23 tages schlafen dann gibt es heraus schön knobi wort gehen das wieder da sterbe ich doch lieber hier liegt hier auf eine scheiße wer von euch hat hier geschissen ja wir sind mal sonst im wald hinkacken sorry der wenigsten mal abdecken mit palmenblatt oder soja kann ich ja nicht lachen wenn du reintritt mauskörper gleich auf dem grill leicht ruft da nein wieder im lager schaue ich bin ach da bist du dort war feuer brennten noch ja noch mal was essen drauf seid ihr hier oben wieder im lager oder wo 47 17 oh gott ich bin hier ganz hinten gespawnt ich bin gar nicht da unten gespawnt in dem islamiskriegerlager hast du dann nicht geschaffen bist du noch auf der insel oben doch da habe ich eigentlich geschlafen das ist ja auch nicht gespeichert hast du beim rausgehen weil ich auf speichern klickt doch wahrscheinlich weil die verbindung schon weg war das kann man ja soweit ist es nicht nö 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 aber ich mache mir einfach eine rüstung bevor ich da runterkomme nur ein teil brauche ich glaube ich bin hier oben erstmal eine runde der feine herr ist nicht mein ding eigentlich ja okay ja eigentlich mehr so danke vom festivalzeit ne ich mache ich fahre eine runde bus fahren neuen ort gefunden mensch da oben bei der hülle ist da nicht dings die das gold lager haben nee das ist oben rechts da brauchen wir erstmal den kanister das hast du auch ein bisschen tabak übrig hier habe schon einen fertig gebaut als ein goldfield oder was oder chester kämmel jorge kämmel denn lieber den guten rand für der brennt richtig tut richtig weh